Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal wieder mit einer neuen Folge Buchbesprechung. Ja Leute, ich habe hier Lucky Luke Premiere Band 100. Und in diesem Buch sind als Premiere, dass das Band 100 ist, sogar die ersten beiden Geschichten drin. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum da Text und Zeichnung Morris steht. Weil er ist schon seit einigen Jahren tot. Aber da das ja die ersten beiden sind und in den ersten beiden Geschichten hat er ja geschrieben. Und das wäre ja eine Lüge, wenn sie jetzt da irgendeinen anderen Namen schreiben würden. Und deswegen haben sie halt auch vielleicht zum Ehren von Morris geschrieben Text und Zeichnung Morris. Und man sieht hier auch, dass der Lucky Luke von den ersten beiden Bänden viel kleiner war. Da. Und jetzt ist er viel größer geworden. Und es gibt Lucky Luke auch seit 75 Jahren. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Buch rein. Und ich glaube, das sah auch ziemlich anders aus. Das Buch heißt übrigens, die Ursprünge von Western gestern. Ja, das ist auch ein guter Name. Und hier nochmal zu Ehren von Morris. Morris zu Ehren. Morris, ein Genie der neunten Kunst. Und ja, so sieht das auch alles aus. Ist auch ein ziemlich tolles Buch. Auf jeden Fall die zweite Geschichte heißt die Goldmine von Dick Digger. Aha, und es gibt auch wieder hier zum Ankreuzen die Cover des Bildes der beliebigen Bücher. Und ja, der kleine Lucky Luke ist auch hier am Schießen. Nicht dieser große Lucky Luke. Aber was mich wundert ist, dass hier der kleine Lucky Luke ist und da der große. Egal, was soll's. Das kommt erst in 5 Days raus. 5 Tagen raus. Und ich könnte es euch empfehlen. Tolles Buch. Und ja, das war Lucky Luke Band 100.